Großes Schmankerlfest in Bruck. Von 4. bis 7. August verwandelt sich der Hauptplatz in eine regelrechte Genussmeile. Nachdem in den letzten Jahren der Hamburger Fischmarkt zu Gast war, setzt man in diesem Jahr auf steirische Spezialitäten. Der Fischmarkt kommt leider heuer nicht zustande, aus verschiedensten Gründen und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich bei den Leuten gut angekommen, machen wir ein Schmankerlfest und hier haben wir Brucker Gastronomen eingeladen, aber auch den einen oder anderen Externen mit besonderen Spezialitäten. Das wartet auf die Leute. Jede Menge Kulinarik, es gibt Spannferkler, es gibt den Smoker wieder mit Flammlachs, mit Ripperl, es wird Eierschwammerlgulasch geben, es wird italienische Spezialitäten geben. Das heißt wirklich Kulinarik zum Durchkosten aus der Brucker Küche, aus der angrenzenden Küche. Umrahmt wird das Ganze von ganz viel Musik. Wir haben jeden Tag am Abend Livemusik, Sisters and Warne, Gianni Sands, Oliver Haidt am Samstag, am Sonntag Manuel Mascher und am Vormittag, Samstag und Sonntag sorgen wir natürlich auch für eine Frühschoppenstimmung. Wir haben die Trachtenkapelle aus Oweich mit dabei, wir haben die Familienmusik Pfeilstöcker mit dabei. Das heißt, buntes Programm, Kulinarik, zusammensitzen, gemütlich den Tag hier am Brucker Hauptplatz verbringen. Das Brucker Schmankerlfest von 4. bis 7. August, Donnerstag und Freitag von 11 bis 22 Uhr und Samstag und Sonntag von 9 bis 22 Uhr.